Nochmal, warum jetzt nicht? Nö, ich bin etwas zu erschöpft von diesen tollen Spielen. Nimmst du jetzt schon auf? Ja. Klar. Was willst du hören? Willst du überhaupt was von mir hören? Oder willst du gleich wieder mir ins Wort fallen und deine eigenen Gags zum Besten bringen? Ich habe die letzten... Ihr lacht ja zurück im zweiten, im dritten. So ist es, als ich rübergeguckt habe und habe das noch gewonnen. Im letzten Jahr, sag ich schon, im letzten Spiel haben wir 16 hinten. Und ich sagte Dirk, also du siehst, das schaffen wir noch. Und Dirk hat hervorragend gespielt, habe mich mehr oder weniger mit durchgezogen. Jetzt ehrlich. Und dann, wenn du so einen starken Partner hast. Dann ist alles gut. Wieso? Ja, weil die anderen nicht spielen können. Der ist nicht schlecht. Und im dritten, im vierten Satz habe ich gesehen. Er lacht ja auch, glaube ich, ein bisschen zurück. Seid dann gut rangekommen. Drei Matchbälle, ne? Ne, zwei. Naja, irgendwie habe ich jetzt nicht mehr gezählt. Ne, neun, sieben. Ne, neun, sieben. Neun, sieben. So, aber du... Ich bitte jetzt... Ich bin jetzt um Lob. Wer macht das schon unmittelbar vor dem Spiel? Unmittelbar nach dem Spiel und vor dem Spiel. Also zwischen den Spielen. Hervorragend. Hervorragend. Hervorragend.